Der hat sie wieder festgebackt. So, dann schieben wir ihn mal an. So, was haben wir hier alles? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Dann haben wir hier zum Verarbeiten. So, dann können wir das auch noch alles rausnehmen. So, Keramik brauchen wir. Der labert mir zu viel, der Karl. Ne, ich will hier, genau. So, was haben wir hier? Damen, glauben wir nicht. Komm, Karlchen. Und weg damit. Ach, hier liegt ein ganz anderes Kram von uns. So, und weg. Ah, wieder Kartons, nice. Ja, der muss auch Pangen lernen. Also, da ist unser Sprott. Damit können wir nachher wieder bauen. Das fliegt aber auch echt immer so komisch, finde ich. Und das Ding braucht echt lange. Vor allem, wir haben auch so viele Materialien, die wir verarbeiten müssen. So, ja, nice. Der ist durch. So, Karolchen, fang. Oh, nice. Ey, das ist so bescheuert hier, das Spiel, wirklich. Vor allem sprechende Einkaufswagen, sprechende menschliche Ratten und so weiter. Das ist so bescheuert, wirklich, hab ich lieb's. So, schauen wir mal gleich, was wir hier raus jetzt endlich alles bauen können. Ah, der ist auch schon gleich durch. Da haben wir noch zwei, hier haben wir noch fünf. Hier nochmal zwei. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber trotzdem, ich find das trotzdem geil, einfach so. Das ist schade, dass ich die Samen jetzt endlich nicht recycelt habe zu irgendwas anderem. So, der ist dann jetzt weg. Ratatouille? Boah, gute Frage. Also ich hab da jetzt noch von den sprechenden Ratten hier noch keinen getroffen, der Remy heißt. Oder Bustot. Also kein Restaurant am Bustot, hab ich auch noch nicht gefunden. Boah, würde ich aber frei an, wenn es das gäbe. Was können wir jetzt draus machen? Wir brauchen ja Nägel. Wie viele kann ich denn... Äh, hier, Nägel. Machen wir mal 20 Stück. Ja, find ich auch schade, wenn man die noch nicht getroffen hat. Vielleicht irgendwo als Easter Egg oder so. Vielleicht finden wir das noch. Die Map ist ja nicht besonders groß. Also weiter halt bis hierhin, oder hierhin, kommt man hier nicht. Hier auch nicht weiter. Das ist auch eine Grenze. Und schwimmen kann man auch nicht. Drei noch. Können wir mal schauen, was wir jetzt bauen können. Was haben wir jetzt hier? Ne, wir brauchen was anderes zuerst. Aus der Produktion hier. Ah, uns fehlt noch eine Keramik. Äh, genau. Bau-Menü erstmal verlassen. Müssen wir noch Keramik suchen. Damit wir Aluminium herstellen können. Und dann können wir hier uns irgendwie eine Burg bauen. Schade, dass die hier jetzt nicht despawnen. Vielleicht muss das aus unserem Revier hier einfach raus. Weg damit. Und hier auch nochmal. Weg. Vielleicht despawnen die da hinten endlich. Dennoch baue ich ja nichts an. Und die verschwenden unser Inventar. Also Müllnert voll. Äh, da. So, ich hoffe, das Ding hat Keramik. Ne, aber eine verdorbene Orange. Immerhin, eine Delikatesse. So ist das Ding fertig. Ja, das Ding ist fertig mit dem letzten. So, hier haben wir nochmal Pappe. Dann packen wir mal da hin. Ach, ne, warte. Müssen wir einmal anders sortieren. Komm, so. Dann packen wir das mal hier. Ach, hier ist auch nochmal wieder. Schade, dass das irgendwie nicht anders sortierbar ist. Ah, und hier haben wir auch. Ah, okay. Dann machen wir das mal. So, und das hier hin. Und das dann so. Das muss ja geordnet sein. Okay. So, wo haben wir noch ein paar Müllsäcke? Da unten. Nein. Okay. Haben wir doch nur überlebt. Weg damit. So, was haben wir hier? Holz. Wo ist denn jetzt Karl? Ist immer noch da oben? Da haben wir Holz. Das sammeln wir mal da hin. Das brauchen wir nicht. Ah, da gibt es sehr viel Sprott. Ganz acht Sprott gibt das Ding. Weg damit. Das brauchen wir nicht. Holz. So. Ah, Karl ist da. Oh, nice. Ich weiß, Karl. Ist nice. So. Und hier nochmal. Do we really need it? Ja, brauchen wir, Karl. Für unsere Basis. Das ist Schrott. Das ist Müll. Das brauchen wir nicht. Keramik, ja. Ja, wir haben Keramik. Nice. Schnell wieder in die Basis. Oh, und Mülldeckel. Und Essen. So, und das sind unsere Freunde hier, die Tauben. Den können wir hier Shuriken machen. So, dann können wir jetzt hier mal wieder bauen. Wir hatten hier in der Produktion, wir wollten das hier machen. Genau. Achso, genau. Wir haben Keramik noch nicht ver... Ja, die armen Tauben auf jeden Fall. Aber... Irgendwie... Keine Ahnung. Das Spiel ist doch einfach nur... Genau so. Also... Er gab das nicht... Ich dachte, der Keramik... Ich habe jetzt kein Keramik. Warte mal. Das war kein Keramik. Ja, ich benutze aber die Tauben wirklich nur in den seltensten Fällen. Muss ich aber auch ehrlich sagen. Und man kann hier auch ganz freundlich die Polizei anwinkeln. Aber jetzt müssen wir die Flucht ergreifen. Und so schnell wie möglich. Don't let them see you! Ja. Ich hoffe, ich pin mich jetzt nicht. It seems the police finally gave up. So, hier haben wir nochmal Holz. Aber wir brauchen... Wir brauchen Keramik. Das ist wieder Holz. Das ist Müll. Nochmal Schrott. Karl. Do we really need it? Ja, Karl. Brauchen wir. Muss nicht immer wieder fragen. Ja. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Wir haben genug Holz. Wir brauchen Keramik. So, was haben wir hier noch? Hier finden wir keinen Müll jetzt, oder? Komische Geräusche. Nachdem helfen wir jetzt nicht. Haben wir auch keine Zeit für. Wir brauchen Keramik. Eine Kloschlüssel, oder sowas. Irgendwo. Die ist keine Kloschlüssel, aber okay. In dem Mülleimer finden wir die, glaube ich, auch nicht. Da ist nix. Es gibt nicht hier oben. Ah, ne, hier waren wir ja schon mal, oder? Vielleicht kommen wir wegen Karl nicht mehr durch. Nach unten wieder. Weil er immer so schön festpackt. Ah, doch, hier waren wir schon mal. Beim letzten Mal waren wir hier. Ne, da kommen wir nicht raus. Hier wahrscheinlich. Wo ist denn eigentlich die Hauptquest? Am Strand. Okay. Dann gehen wir mal an den Strand. Karlchen. Und. Oh. Da haben wir den Hotdog-Mann. Kommen wir zwischen 10 Uhr morgens und 3 Uhr nachmittags wieder. Um die Bisschen zu verhindern. Ich bin jetzt fast eine Minute zu spät hierfür. Also eine In-Game-Stunde. Gut, dann suchen wir uns mal eine Parkbank, wo wir pennen können. So. Achso, ich kann nur. Ich kann nur so lang. Okay, dann pennen wir halt 3 Stunden. So, und nochmal. Achso. Ah, wegen Hunger und Durst können wir nicht länger. Oh, einen ganzen guten Burger. Yo. Und jetzt? Ähm, nee. So. Nochmal 3 Stunden. Boah, aber einen ganzen guten Burger haben wir Müll gefunden. Er schmeißt einen guten Burger weg. Ach nee, ich habe es mit den Uhrzeiten jetzt verwechselt. Super. Achso. Achso. So, dann nochmal. Hier. Nee, 10 Uhr am Morgen. Und, gibt es hier wieder ein neues? Nö. Kein neues Futter. Nice. Das müsste jetzt aber reichen, glaube ich, zum Pennen, oder? So, 12 Uhr am Morgen. Ah, nee. Ist mit, äh, Mitternacht. Ah, jetzt, jetzt haben wir hier wieder was. So, wie lange können wir? Ja, das funktioniert, 9 Stunden. So, dann können wir jetzt endlich mal die Quest abgeben. Hotel du Park haben wir fertig. Scheiße, die hat hier rumgeschaut. So, jetzt. Wenn du findest hotdog so funny, dann at least buy eine. Wait, you're not laughing. You're not one of them. Look at those rich, pretentious bastards. They're roasting under the sun while I'm stuck here. Roasting buns and weenies for their pleasure. Roasting inside this ridiculous costume. Shhh! Hörst du das? Sie sind wieder aufgerüstet. Ich weiß nicht, oder? Weil ich es weiß. Und ich kann dir sagen, dass ich bald jemanden aufgerüstet werde. Du kannst das auch aufgerüstet werden, oder? Ich kann es in deinen Augen sehen. Ich sage dir, dass wir sie zurückkommen. Hilf mir, dass ich sie für eine Gründe mache. Ja, okay, wie mag ich das denn? Geh über meine schweinige Weenie-Maschine, während ich hier mit diesem freien Hotdog-Sign. Das sollte viele Kunden bringen. Ich bin sicher, dass sie genau das, was sie wollen. Aber, wenn jemand mich aufgerüstet hat, einfach noch ein paar meiner Spezial-Sauce zu ihrer Verordnung. Ähm... Will ich wissen, was in der Spezial-Sauce ist? Ja, dann finde ich ja auch. Äh, nur Ketchup. Okay, nur die, die ihn jetzt auslassen. Äh, die haben alle nur ein Glück hier an. Die haben nur Schlüppi an. Das ist wirklich nur ein Schlüppi, das... Also... Ja, das sind wirklich keine Badehosen, also... Ja, das sind wirklich keine Badehosen, also... Das sind wirklich keine Badehosen, was... Das sind wirklich keine Badehosen, schon dass sie nicht mehr noch auslassen. Das ist alles, wenn man nicht mehr unterhalten kann... Ja, das ist alles sehr, das ist alles. Ja, das ist alles. Ja, das sind alles. Äh, kein Mustard, bitte. Äh, Mustard und Ketchup, bitte. So, dann der noch, ne? Ja, die gucken mich alle wirklich an. Okay, die bisschen daneben. Ich glaub, na warte, der hatte jetzt nicht gelacht. Ja, ich weiß nicht, was das uns sagen soll, dass die beim Hotdog Essen mich anstarren. Also da kennen wir, das überspringen wir mal. Das heißt, diese Quest müssen wir nochmal neu machen. Freie Sachen? Ich bin in! Äh, Ketchup nur, bitte. Ja, hier. Das müssen wir uns jetzt alles wieder von vorne geben. So, der kriegt wieder die weiße Soße, hier. Ja, hier ist das ja auch alle... Ja, der war jetzt nett, also der kriegt nur mal. Ja. Der lacht wieder. Also der kriegt wieder die weiße Soße. Ja, also Ketchup und das. Der nächste, der lacht. Ja. Das ist so befeuert, wirklich. Ja, hier, hier und hier. Alle drei Soßen. Okay, der lacht ihn nicht aus. Ohne Ketchup, bitte. Ohne Ketchup. Habe ich das richtig gemacht? Ja! Dass die aber auch sich alle übergeben. Danke, Freund. Ich hoffe, dich bald wieder sehen. Die Rache des Hot Dog Mannes. Ah, und wir haben wieder ein neues Level. Nice. Dann, was war das hier? An allen Bauwerken wird nach dem Ende von Überfällen ein wenig Robustheit wiederhergestellt. Nee, wir... erhöhen die Robustheit aller Bauwerke, würde ich ja das hier nehmen wollen. So. Und dann können wir uns hier nochmal ordentlich bedienen. Hier, da haben wir was. Wasser. Pizza. Und ich... Ah, hier haben wir wieder Müll. Wo ist denn der Düdchen? Wolltet ihr eine Pizza haben? Dann holen wir uns von hier was zu essen. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Haben wir auch mehr als genug davon. Ach. Die schon wieder. Äh, wo ist denn der... Da ist der letzte. Komm. Hier kommt eben. Für die Creeps. Hey? Ah, hier können wir was zu essen holen. Jo. DicksIceCream. So, dann würde ich jetzt wohl eben nochmal ein kurzes Päuschen machen Wir sind jetzt auch schon gleich bei 2 Stunden und ich habe noch keine Pause gemacht und ich muss trinken auf Toilette Dann sehen wir uns in knapp 5 Minuten wieder Bis gleich So, bin sogar ein bisschen früher wieder da Irgendwisschen schneller Und dann wollten wir ja eigentlich immer noch Keramik suchen Gehen wir mal hier hinten in Die Polizei schon wieder Hier, ich hoffe, hier können wir was Kartoffel, nee Unten haben wir ja irgendwie so einen Raum Da können wir vielleicht mal gucken Nein, hier kommen wir nicht durch Also hier Das ist Müll Nee, den Glühpilz lassen wir mal in Ruhe Ach, Holz brauchen wir nicht Ja, der Heizkörper, der Nehmen wir mal trotzdem mit Der gibt aber keine Keramik Komischerweise Gibt hier hinten auch irgendwie Müll Ja, jetzt haben wir es auch Hier ist nur Holz Stuhlrahmen Da hinten gibt es Ich hoffe, da gibt es Keramik Und eine Feder 7 von 50 Ja, Mann Den brauchen wir nicht Noch ein Stuhlrahmen Da muss besser fangen Ja, Keramik Kaputtes Waschweck Oh, nice Jetzt haben wir einen So, Karl Ja, erzählen wir später den Ratten Wir müssen jetzt erstmal zu unserer Basis So Ah Frag mich auch, wo ich meinen Einkaufswagen Führerschein gemacht habe Die Steuerung ist nicht so Nicht so prickelnd hier Ja, Vandalismus Ah, ne, warte Erst einmal Wo haben wir das? Ne, hier Kriegen wir sogar drei Keramik Ja, Lotto gewonnen Ich glaube nicht Dass wir das auf dem Lotto her haben Ich glaube, Lotto könnten wir uns nicht mal leisten Teilzunehmen So, was haben wir hier noch? Den können wir wegmachen Ich glaube, Lotto können wir uns nicht leisten So So, dann können wir jetzt eigentlich uns das eine Ding hier bauen Was wir machen wollten Das hier war doch, glaube ich, oder? Äh, genau Den Aluminium-Schmelzofen Packen wir erstmal hier hin So, was Was brauchen wir? Hier kannst du Schrott verarbeiten Wir haben hier sehr viel Sprott Äh, du musst Holz hinzufügen Damit du Mälzofen genügend Brennstoff hat Ah, okay Also Holz Haben wir auch genug Jetzt bin ich gespannt Was wir daraus jetzt alles machen können Bauen können Ich glaube, wir brauchen mehr von diesen Schmelzöfen Wenn wir nur Achso, acht Stück haben wir jetzt da rein Nee Hatten keine Asp da drin Okay, jetzt bin ich gespannt, was wir daraus bauen können Ähm So, hier Dafür brauchen wir Aluminiumblech Ich stelle jetzt Aluminiumblech her Ich bin ja Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.